Wie erzählt man über die Antarktis? Die Geschichte der Katastrophen ist angebrochen. Wir sind die erste Generation, die ein anderes Wetter erlebt. Ich muss nach dem Wetter sehen, seiner zerzausten Gegenbewegung. Der Mensch will darüber nicht nachdenken. Hallo. 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 Schönes Wetter heute, oder? Schön heiter, warm. Schön heiter und warm. Frustig. Schön kalt. Heise kalt, mir ist ganz schön kalt. Nach mir die Sintflut. Die Ruhe vor dem Sturm. Wie erzählt man über die Antarktis?